Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir treffen uns heute schon hier, um die Berufsvertretung für euch im Februar vorzubereiten. Eine starke Gewerkschaft lebt von den Mitgliedern, deswegen freuen wir uns, wenn auch ihr der grünen Familie angehört. Wir arbeiten zusammen mit unserem Kooperationspartner der Polizeiversicherung. Ja und die Polizeiversicherung ist ein Gemeinschaftsunternehmen der GdP und der Signali Luna und wir entwickeln für die Polizistinnen und für die Polizisten bedarfsgerechte Produkte, um sie natürlich bestmöglich zu schützen. Wir haben heute für euch viele innovative Ideen gesammelt. Wir freuen uns im Februar auf euer Besuch in Wiesbaden, in Nulheim, in Gießen und in Kassel. Auch wir in Kassel freuen uns auf Februar. Wie ihr es gar nicht abwarten kann, kann auch schon vorher bei uns auf der Homepage vorbeischauen, studis.gdphessen.de Ja und auch die Polizeiversicherung, die PVAG, steht natürlich hinter euch. Alle Informationen zu unseren leistungsstarken und tollen Produkten findet ihr bei uns auf der Homepage www.pvag.de www.pvag.de